einen wunderschönen guten tag und herzlich willkommen zu einem neuen video ich wollte euch bloß bescheid sagen ich bin jetzt afk für drei wochen bin jetzt im urlaub aber fans von unboxings werden auf ihre kosten kommen ich habe da was vor produziert und meine sammlung videos gehen auch weiter jeden sonntag könnt ihr euch schon darauf freuen dann sag ich IDHO und bis in drei wochen